In der Schlacht bei Plataia in Bözien besiegten die gegen Persien verbündeten Griechen im Sommer 479 v. CHR, das persische Landherr unter dessen Feldherrn Madonios. Nachdem die Griechen bereits im Vorjahr die Flotte des persischen Großkönigs bei Salamis vernichtend geschlagen hatten, bedeutete der Sieg bei Plataia das Ende der persischen Versuche Griechenland zu erobern. Vorgeschichte Nach der persischen Niederlage in der Seeschlacht von Salamis kehrte der Großkönig Xerxes I. in sein Reich zurück. Seine Flotte befand sich in Auflösung, das weiterhin schlagkräftige Landherr überwinterte jedoch unter der Führung des Madonios in Thessalien. Madonios versuchte zunächst bestehende Differenzen zwischen Sparta und Athen auszunutzen. Er machte Athen Friedensangebote um einen Keil zwischen die verbündeten Griechen zu treiben. Als ihm dies nicht gelang, ließe Athen ein zweites Mal verwüsten. Erst nach Aushebung und Bündelung aller Kräfte einschließlich der Ruderer wagten die Griechen, sich zur Landschlacht zu stellen. Truppenstärken Knapp 40.000 Griechen, darunter 5.000 Spartiaten, standen etwa gleich viele Soldaten auf persischer Seite gegenüber. Die Truppen des Madonios bestanden großen Teils aus Söldnern oder Hilfstruppen, zum Teil mit schlechter Panzerung. Hinzu kamen griechische Hopliten aus den mit Persien verbündeten Poleis und die persischen Krieger selbst. Letztere waren gut gepanzert und ausgebildet. Sie stellten die Kerntruppen der Bogenschützen und der Reiterei. Wegen ihrer Wendigkeit und Geschwindigkeit wurden sie an kritischen Punkten in der Schlacht eingesetzt. Bei den Griechen bildete die Hopliten-Phalanx der Spartaner und Athener die Hauptstreitmacht. Hinzu kamen Truppenkontingente vieler Stadtstaaten, zum Beispiel der Platär, Korinther, Megara und Ägineten. Verlauf der Schlacht Die griechische Armee marschierte vom Isthmus von Korinth, wo sie sich gesammelt hatte, nicht direkt auf den bei Athen stehenden Madonios, sondern nach Norden in den feindesleeren Raum im Rücken der Perser. Anstatt die jetzt ungeschützte Peloponis anzugreifen, folgten die Perser. Madonios hatte als Schlachtfeld die Ebene von Plataie ausgesucht einer kleinen, von den Perser zerstörten Stadt in Boiozien südlich von Theben. Dort hoffte er, seine unterschiedlichen Kampftruppen zur Entfaltung bringen zu können. Die Griechen unter Führung des Spartiaten Pausanias zögerten zunächst die Schlacht anzunehmen, da die Perser ihre Aufstellung gut vorbereitet hatten. Erst als die Truppen des Madonios ihnen die Wasserversorgung abschneiden wollten, entschlossen sie sich zum Angriff. Zunächst versuchten die Griechen in die Ebene vorzudringen, wurden jedoch vom Pfeilhagel der persischen Bogenschützen zurückgeworfen. Bei einem zweiten Angriff unterliefen sie den Pfeilhagel und schlugen die ersten Reihen der Perser zurück. Der genaue Verlauf der Schlacht ist nicht bekannt. Die Athener machten die Schwenkbewegung jedoch nicht mit, sie drängen sogar weiter vor. Dadurch klaffte in der griechischen Front plötzlich eine Lücke. Madonios selbst führte mit tausend Reitern einen Stoß auf diese Schwachstelle. Im allgemeinen Durcheinander behielt Pausanias die Nerven. Seine spartanischen Truppen fingen den Anprall der Angreifer auf. Madonios stürzte vom Pferd und kam um. Das persische Heer war damit führerlos. Die vorgerückten Athener sahen bereits das persische Lager und führten noch einen Angriff. Die Perser gaben daraufhin die Schlacht verloren und flohen. In der Schilderung des Schlachtverlaufes zu Hans del Brück lassen sich allerdings Legende und Wahrheit schwer trennen. Folgen, Madonios drei Söhne Darai Ossi und viele Mitglieder der persischen Elite fielen im Kampf. Die restlichen persischen Truppen flohen. Die persische Invasion in Griechenland war damit endgültig abgewehrt. Nach dem kurz darauf errungenen Sieg gegen die persische Flotte bei Maikala fand die Epoche der klassischen Perserkriege in Griechenland ihr Ende und Die Griechen gingen in die Offensive. Die Griechenstädte an der kleinasiatischen Küste lösten sich aus der persischen Oberherrschaft und traten dem von Athen 477 v. chr. gegründeten attischen Seebund bei. Die Zeit relativen Friedens die dem Sieg bei Plattei erfolgte gilt als Blütezeit des klassischen Griechenlands. Zur Feier des entscheidenden Sieges fanden danach alle fünf Jahre die Freiheitsspiele statt.